Diese Jacke, die habe ich gestern tatsächlich gekauft. Meine andere, die war wirklich über vier Jahre alt und war schon zerrissen. Und ja, meine Hose ist leider auch zerrissen, wie man sehen kann vielleicht. Das heißt, ich muss dann auch eine neue besorgen, weil ja, ich bin eigentlich sehr sparsam, aber wenn es wirklich irgendwie zu zerrissen ist, dann geht es nicht. Auf jeden Fall, Leute, ich bin gespannt, was mich heute erwartet, wie ich es meistern werde. Und ich habe einiges für den Dezember geplant und hoffentlich habe ich die notwendige Energie und Kraft und Kreativität, das auch umzusetzen. Und ja, Leute, wir sehen uns später nochmal und ciao.